Der Baum kommt nachher hier am 10 Uhr. Sollte der Hüße und der Pflege sind hier rüber. Die Oberflugsbewilligung der Gemeinde ist gut. Dann müsst ihr ihn dann gleich anmachen. Jetzt musste ich rauf klettern, um die Stropagans zu machen. Und dann wird er in die Luft gezogen. Wenn das Seil gespannt ist, kann ich ihn absagen. Und dann fliegt der Hüße weg. Jawoll, alles. Dann komme ich hierher. Das ist in Ordnung. Die Schweren? Ja, wieviel? Jetzt sind wir noch mit der Oberfläche. Hier ist es, wo den Helikopter angesetzt hat. Jawohl! Und da war ein Lichtschäpp, haben wir die Keile hineingetan und dann gerad gesetzt. Super, das sieht gut aus. Super, das sieht gut aus. Super, das sieht gut aus.